Auf mysteriöse Weise ist die dritte und die vierte Aufnahme von dem Let's Play Projekt hier verloren gegangen. Aber ich kann euch versichern es ist nichts interessantes passiert und ja ihr habt nichts verpasst und jetzt in der fünften Folge fangen wir auch an das Haus zu bauen und so und dann ist es eigentlich das Interessanterere. Also es ist nichts schlimmes passiert, ihr habt nichts schlimmes verpasst, es ist alles nicht so wild, also habt Spaß an der Folge jetzt. Hallo Freunde, ihr seid wieder auf dem Kanal SmashGamers, hier ist AlienGhost und das ist Miststab für Kuchen, hallo. Und es regnet draußen, deswegen gehen wir jetzt mal schlafen. Ja und heute wollen wir mal ein Haus bauen, oder wir müssen es versuchen. In der letzten Folge haben wir schon angefangen. Also, AlienGhost hat schon angefangen, ich war am Minen, am Meinen. Ich komme gleich hinterher. Warte, Holz, 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 Holz. Habe ich dabei. Allein ist noch eine Spinne. Ich mache mir dann noch eine Axt zu, habe ich noch. Ich komme dann gleich noch. Eine Axt. Na, dann mach ich schon mal ein bisschen. Ja, wir brauchen eher noch eine Schaufel, müsste ich mir nochmal machen. Ich versuche mal nicht so viel zu rennen, weil da kriegt man mehr Hunger. Ja, und wir haben beide kaum. Essen. Essen. So. Mach schon mal eine Eisen-Schaufel, wir haben eine Eisen. So, so, so. Ich sortiere noch ein bisschen die... Sachen. Und ich mache mich jetzt daran, den Boden auszugraben vom Haus. So, und jetzt, äh, ab dieser Folge haben wir das ordentliche Intro, das korrekte. Also, ihr habt's ja bestimmt schon gemerkt, wir haben jetzt ein neues Intro. Rechtschreibfehler, weil ich zu dumm war zum Schreiben. So, ich komme. Ja, das ist jetzt ein bisschen anders, aber... Es ist auch besser. So. Dann wollen wir mal jetzt hier schön buddeln. Und dann, 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 äh, den Boden reinmachen. Was für einen schönen Boden. Na, verarbeitet ist so. Ich würde aber vorschlagen, so ein helles Holz, oder? Ja, verarbeitet ist ein helles Holz, oder? Das hier. Das hier. Ich dachte, ich hätte jetzt so gesagt, dieses ganze Holz. Ach so, das Böckenholz. Ja. Ja, dann nehmen wir das. Okay, muss man mal aus dem Kopf, einmal fällen. Und ich bin auch schon ziemlich angenehm. Noch drei Herzen habe ich. Äh, schnell fordern. Ja, ich gucke mal, ob ich weiß. Ähm, ein paar Weizen sind schon gewachsen. Da kann ich vielleicht schon mal ein paar Brüchen machen. Auf jeden Fall kann ich mir anpflanzen dann. Ja, und ich sammle erstmal ein paar. Ein paar Holz? Nein, ein bisschen Holz. Um einen schönen weißen Laminat zu haben. Yeah. Diese Folge kommt ja erst spät raus. Also für uns. Vorher kommen ja noch zwei andere Folgen. Also in drei Tagen. Ja. Das müsste am... Die Folge müsste am... Keine Ahnung, Worte? Wenn wir zwei Folgen haben, dann... Für euch, für euch heute. Ja, für euch heute, für uns... In drei Tagen. Also Montag. Ne, einfach. Das erzähl ich ja. Montag ist morgen. Äh... 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 Und Dienstag kommt... Vielleicht auch schon mein erstes... Singleplayer-Projekt. Und meins auch... Ne, meins nicht. Ne... Ja... Mal sehen. Ihr werdet ja sehen, wann die Folge rauskommt. Wir sind grad zu dumm zum überlegen. Wir sind einfach zu blöd. Ja... Zu blöde. Also... Einfach... Dienstag oder Mittwoch kommt die Folge raus. Also... Wenn ich jetzt... Nochmal scharf nachdenken würde, dann würde ich es rauskriegen. Aber ich habe jetzt keinen Bock. Ja, bei mir aber fällt genauso. Ich bin aber zu faul zum denken. Und du machst alles einfach ohne nachzudenken. Genau. Ich brauche auch mehr Weizen. Irgendwann müssen wir uns mal Weizenfelder anpflanzen hier. Weil die bringen viel mehr Ertrag, als hier alles immer einfach nur so am See anzupflanzen. So... Was nimmt sich das nicht schön aus? Ich habe noch 22 und verarbeitet. So, jetzt reicht. Ich habe genug. Genau. Man ist doch schon wieder kein Timer gestellt. Was? Ich bin auch schon auf Schlaf überlegen, ob ich mich mal auf die Jagd gehen soll und irgendwas zu füten suchen soll. Oh, mir zu wenig Leben. Wenn du ehrlich leben, ist es nicht gerade optimal. Ja. Aber ich mache das so, wie du. Ein paar Folgen vorher. Ich hätte einfach verstanden. Oh. Willst du es wirklich machen? Ich habe... Ich kann zwei Brot machen. Da dreiche ich es nicht. Dann mache ich mir jetzt zwei Brot. Dann, wenn ich dann wieder verhohe. Ja. Dann habe ich zwei Brot. Töte mich. Was? Ich soll dich töten. Was? Ich habe vergessen, meine Mütze abzunehmen. Ja. Ach, ja. Mein kleiner Hut. Deine goldene... Deine goldene... Nein. Deine goldene Krone. Zack. So. Noch mehr... Wir müssen noch mehr... Wir müssen noch mehr... Fällen. So, ja. Jetzt... Ab jetzt werden die Folgen auch interessanter. Weil jetzt bauen wir auch mal ein bisschen und so. Genau, genau. Und bauen auch die Felder und so. Jetzt geht's... Jetzt geht's aufwärts. Am Anfang ist alles immer... Am Anfang ist alles immer so ein bisschen langweilig. Weil ich immer so farmen muss nur die ganze Zeit und so. Aber jetzt geht's... Jetzt geht's los. Jetzt... Jetzt... Jetzt geht's richtig los. So, und ich... Geh mal auf die Jagd und such mal was. Oder gib mir mal... Am besten... Hast du noch einen Weizen oder so? Damit ich vielleicht... Ein paar Tiere hier... Mh... In der Version werden die Tiere mit was anderem angelockt. Zum Beispiel Hühner werden mit... Samen angelockt. Ja, aber ich... Schweine mit Karotten. Schweine mit Karotten. Ja, dann... Samen. Ich weiß, was wir sagen. Hühner würden auch reichen. Also wenn du Hühner findest... Samen find ich auf der Reise. Ja, und du musst einfach mal ein bisschen Gras abschlagen. Jetzt muss ich mal gucken, dass die Folge nicht wieder zu lang wird. Guck ich jetzt einfach mal in 10 Minuten... 10 Minuten... Alles klar. Mal schnell das Handy gelunzt. Und ich werde jetzt erst mal nach... Futter suchen. Der Instinkt zum Überleben. Gerade haben wir ja Zeitungen ausgetragen, Freunde. Wir sind produktiv gewesen. Ja. Ein bisschen Money verdient. Genau. Was heute nicht so sehr schön war. Weil die Zeitungen nicht so gut zusammengepackt worden sind. Die sind uns ständig aus der Hand gefallen. Mhm. Das ist zwar nicht so schön. Ah, wir sagen... Endlich zu Blume. Wir sagen jetzt nicht, für wen wir austragen. Sonst sagen die Leute später noch... Ihr macht ja nur Werbung. Genau, genau. Aber hier sieht noch mehr aus. Aber es lohnt sich eigentlich eine Zeitung austragen. Da kriegt man viel zu wenig Geld. Ja, gut. Für uns reicht es noch. Na. Hier ist mehr. Ist trotzdem ziemlich wenig. Ja, gut. Wenn wir das alleine... Wenn wir das alleine machen würden, dann würde es schon gehen. Ja, aber das ist dann schon wieder der Aufwand. Da ist der Aufwand schon immer zu groß. Ups. Machen wir die... Machen wir die... Machen wir die... Äh... Machen wir die... Den... 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 Den Dachboden... Also die... Oh, wie nennt man das das Dach? Machen wir das auch aus hellem Holz? Ja. Ne, ich würde... Also ich würde sagen nur also den Boden aus diesem hellen Holz. So, jetzt habe ich das... Ja, jetzt habe ich schon Treppenstufen. Egal. Na dann... Dann machen wir das aus normalem hellen Holz. Genau. Also das normalen Holz. Nein. Und ne, so ein Krubelbaum, den stelle ich mal lieber wieder hin. Aber ich habe keinen Bock, das alles wegzufällend zu müssen. Wie tief geht es denn hier? Alter, der See ist tief hier. Oh, 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 oh. Nicht ertrinken. Naja, ich habe es noch an der Aufwand geschafft. Aber dieses... Aber ein Chicken ist jetzt da unten. Oh, nee. Warum sinkt das wo? Ja. Das ist ein Wasser. Ich habe das gesagt. Ich habe schon gedacht, dass das jetzt so tief runter geht. Also das geht jetzt schon dunkel, Freunde. So dunkel. Hast du Shader drin? Ich ja. Bei mir würde, haut es dir mal raus am Anfang. Oh, Schwein. Und Chicken. Und noch mehr Chicken. So, Freunde, ich mache mal wieder eine andere Scheide rein, da ist wieder heller. Mal sehen, testen wir mal. Hier ist es schön hell. Das ist sehr gut. Ich glaube, ich werde über die Nacht erst mal einbuddeln. Damit ich jetzt nicht gekillt wäre. Und mein ganz schönes Essen von dir. Einbuddeln. Ja, in der Erde irgendwo. Und dann einfach da drin chillen über die Nacht oder was. Ja. Das wäre besser als damit ich nicht sterbe. Du musst jetzt aber zwölf Minuten wochen. Ja, ich habe keine Ahnung. Irgendwie. Das trifft mein in der Zeit. Und besser wäre es, wenn du einfach zurückkommst. Dann können wir schlafen. Das sind noch viele Hühner. Ziemlich viele Hühner. Oh, das ist gut. Aber okay, die Sonne. Ich leide die jetzt. Ich leide die einfach jetzt. Und warte darauf, dass die vielleicht Eier legen. Wir wollen die doch mit zu uns nehmen. Und dann eine Farm machen. Das können wir auch später machen. Ja, ich bin ja nur in die Richtung jetzt hergegangen. Wir können dann in die andere Richtung gehen. Und die von dort hin. Wenn es da welche gibt. Wenn es da welche gibt. Ja, irgendwie. Irgendwie. Irgendwie müssen wir spielen. Hm. Hat man bei der Wüste auch gedacht, dass da irgendwann mal eine Wüste kommt. Bei der Einwelt. Sonst kam einfach keine Wüste. So, was mache ich denn jetzt? Oh, hallo. Ich mache jetzt das Trammstuben. So. Alles klar. Falls du irgendwo mal noch eine Wüste siehst, kannst du gleich mal noch was mit Sand herbringen. Ja. Mach ich. Ich bin schon wieder so eine wüstenlose Welt. Wo es unendlich lang keine Wüste gibt. Dankeschön. Aber wir haben ja Sand und so. Schau mal. Wir müssen die Landschaft dann unnötig kaputt machen. Und verungestalten. Oh, hier drei Zombies auf einmal. Einer nach dem anderen bitte. Zombies sind das eigentliche, was du schnitzeln kannst. Oh. Oh, vier Zombies. Oh, Lava. Ein Creeper. Egal, der Creeper hat mich schon nie gesehen. Sechs Level. Sieben Level. Du hast wieder null, oder? Oh. Du hast dich einmal gekillt. Ja. Mittlerweile habe ich wieder drei Level. Du levelt verdammt schnell. Schau mal kurz hier einbuddeln. Das war dein schönes, äh, naja, Strandhaus. Das ist jetzt nur wirklich ein Seehaus. Haus am See. Ja. Ich höre ein Zombie. Warum läuft da hier nur in Windeln rum? Das ist ja eklig. Ist ja noch ein Baby-Zombie. Das ist ja eklig. Ist ja noch ein Baby-Zombie. Ne, das war ein großer. In Windeln. Richtig pervers. Oh, das Dach ist immer das ekligste am Haus. Oh, oh. Komm mit ins Wasser, creepy. Dann machst du keinen Schaden. Ich bin jetzt hier krank schön am Kohle fördern. An Eisen. Und er hat die Einfluss zu kommen. Ich will jetzt einer Tausend-Zombie zurückkommen. Und er hat einen Zombie-Zombie ohne Kopf. Und er hat den Kopf, sondern was ist immer. Und er hat die Musik, versuche ich jetzt ein. Auf diese Angelegenheit. Oh, das Madame zu sein. man ist mein leckeres steak essen hier übste sagen muss für schnitz und wie viele leute ich werde es gleich kaputt zwei äpfel habe ich auch noch immer sehr schnupfen ihr hort ist bestimmt schon nicht die ganze zeit am spin ist schrecklich zum pvp ist dich ja geh weg und die lager muss erstmal zu können das ist zu gefördert so dann wie immer immer schön daumen nach oben da lassen schön abo da lassen wenn es euch gefallen dass wenn wir wenn wir viele abos haben dann wissen auch dass wir weitermachen sollen weil dann wissen wir auch dass es euch gefällt eigentlich ist nun ein abo sagt noch mehr dass wir das was gut dass wir es richtig machen als ein daumen hoch genau daumen hoch ist auch gut ja und immer schön verbesserungsvorschläge in die kommentare schreiben und dann sehen wir uns freuen ja da sehen wir uns dann in der nächsten folge